ein volkswagen tiguan ist hier zum verkauf angeboten der schwarzfarbene suv ist fünftürig bietet platz für fünf personen sowie viel stauraum fürs gepäck der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 113.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2013 der suv besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie xenon scheinwerfer navigationssystem tagfahrlicht einparkhilfe party gefilter und noch vieles mehr das schaltgetriebe überträgt einer leistung von 177 ps auf 100 kilometern liegt der angegebene verbrauch des sparsamen diesel bei 6,0 litern kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher einparkhilfe 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 einparkhilfe